Freundinnen und Freunde der Sterne, in den ersten Julitagen sendet uns das Universum einen Brief. Was da drin steht und was euch diese Woche erwartet, das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast, zum Horoskop der Woche vom 1. bis 7. Juli. Wir haben gleich zu Beginn der Woche geradezu magische Konstellationen. Wir bekommen nämlich einen Brief vom Universum. Und ich zeige euch mal, was ich damit meine. Die Planeten bilden nämlich im Horoskop eine sehr seltene Formation, die einem geöffneten Briefumschlag gleicht. Sie bedeutet, dass wir eine intensive kosmische Spannung haben, verpackt in positive Aspekte. Das ist eine konstruktive Energie, die uns helfen kann, tragfähige Lösungen für aufkommende Probleme zu finden. Wir können damit auch innere Anspannungen kreativ ausdrücken oder auch sportlich. Oder wir nehmen endlich etwas in Angriff, was uns bisher Angst gemacht hat. Deswegen öffnet diesen kosmischen Briefumschlag und schaut, was da für ein Geschenk drin ist. Vielleicht ein klärendes Gespräch, ein wichtiger Anruf, auf den ihr schon lange wartet. Vielleicht ist es tatsächlich ein Brief oder eine Nachricht, die eure Probleme oder Ängste löst. Im Alltag ist es eine gute Zeit, um mit Ämtern und Institutionen zu sprechen, um etwas zu erhalten, was euch zusteht. Und wenn ihr spirituell arbeitet, sind auch Affirmationen und Zaubersprüche besonders wirksam. Zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, wie ihr eure Wünsche ans Universum in diesen kosmischen Briefumschlag steckt und dann absendet. Exakt wird die Konstellation am Dienstag, den 2. Juli, gegen 17.30 Uhr. Lasst euch davon inspirieren. Eine Antwort vom Kosmos erhaltet ihr vielleicht schon zu Vollmond am 21. Juli. Da wird nämlich der kosmische Briefumschlag noch einmal geöffnet. Eine neue Energie in unser Denken bringt Götterbote Merkur am 2. Juli. Er geht dann vom sanften, seelenvollen Krebs in den feurigen Löwen. Das Symbol dafür ist der feurige Redner, der auf der Bühne steht und mit seinen Worten und seiner Art zu kommunizieren alle mitreißt und überzeugt. Wenn Merkur in den Löwen eintritt, wandert er erstmal durch ein Spannungsfeld mit Machtplanet Pluto. Das bedeutet, es können Worte der Macht gesprochen werden und in diesem Fall sogar auf eine positive und konstruktive Art. Also, falls ihr selbst in der Woche ein Machtwort sprechen müsst, ist es wichtig, dass ihr dabei das Wohl der Beteiligten und den positiven Ausgang der Sache im Auge habt. Dann wird es funktionieren. Oder umgekehrt, wenn andere ein Machtwort sprechen, dann geht erstmal davon aus, dass es tatsächlich konstruktiv gemeint ist. Es können sich auch heiße Diskussionen ergeben, die am Ende zu einem guten Ergebnis führen. Insgesamt haben wir dann drei Wochen vor uns, in denen die Kommunikation lebendiger und mitreißender wird und die Themen wieder mehr nach außen gerichtet sind. Das ist eine tolle Konstellation für alle, die mit Worten und Sprache arbeiten und auch für Entertainment, Partys und Flirts. In dieser Woche passiert aber noch was Wichtiges, was die ganze Woche und auch schon die Tage zuvor beeinflusst. Spiritualitätsplanet Neptun wird nämlich am 2. Juli rückläufig. Das heißt, seine Seelenkräfte sind jetzt besonders stark und das Wasserelement steht im Vordergrund. Das kann auch wieder mit viel Regen und sogar Überflutungen einhergehen. Im persönlichen Erleben ist es eine Chance, Negatives aus dem Leben auszuschwemmen. Vielleicht fließen in diesen Tagen schneller Tränen als sonst. Das können aber auch Tränen der Freude oder Erleichterung sein. Wenn es etwas gibt, das ihr loslassen wollt, vertraut es dem Neptunischen Fluss an. Schamanin Lilith ist an dieser Konstellation beteiligt und schenkt euch Inspirationen dafür, wovon ihr euch befreien könntet. Vielleicht hat es auch mit einer Beziehung zu tun. Falls ihr in dieser Woche besonders sensitiv seid, können euch Momente in der Natur dabei helfen, in eure innere Mitte zu kommen und vielleicht das Wispern der Lille zu vernehmen, die eine Botschaft für euch hat. Ihr werdet spüren, dass ihr euch reinigen und von etwas loslassen wollt. Zum Beispiel könntet ihr einen Zettel oder Stein nehmen und die Angelegenheit draufschreiben und dann symbolisch in ein Gewässer werfen, verbunden mit dem Wunsch, das Problem dem Universum zu übergeben, dass es sich drum kümmert und selbst davon frei zu werden. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist die erste Juliwoche unglaublich ergiebig und voller besonderer Energien, die ihr für eure Arbeit nutzen könnt. Die kosmischen Antennen sind verfeinert und auch unsere Träume können voller Botschaften sein. Der Höhepunkt der Woche ist der Neumond im gefühlvollen Krebs in der Nacht zum Samstag, den 6. Juli um genau 0.57 Uhr. Er bringt eine Aufforderung zur Heilung mit sich, vor allem in Beziehungen und er unterstützt alle bestehenden und stabilen Partnerschaften. Wir können uns jetzt trauen, auch mal ein heikles Thema anzusprechen. Dabei sollten wir aber behutsam und liebevoll aufeinander eingehen. Und dann kann es tatsächlich eine Art Durchbruch geben. Vielleicht wird etwas endlich angesprochen, was die ganze Zeit zwischen euch stand und danach stellt sich ein Gefühl der Verbundenheit und Erkenntnis ein. Die Woche klingt aus mit der Mondin im Partyzeichen Löwe. Das ist wunderbar, um aktiv zu sein und Spaß zu haben. Wie der Neumond für die Sternzeichen und Aszendenten steht, erfahrt ihr in meinem großen Monatshoroskop für den Juli als Video und Podcast. Und wenn ihr wollt, dass ich euch mit eurem persönlichen Horoskop kennenlerne, dann kommt zu mir in die Community. Das waren eure Tendenzen für die erste Juliwoche. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Okay. Ich wünsche euch alles Gute.